Moin moin meine Baumwollpflücker Wie können sie denn so schnell aufstehen wenn ich sie taser? Sie haben mich nicht getasert und haben mich niemals getroffen Doch Nein haben sie eben nicht So Jungs komm mal zurück Oh mein Gott Ich hab hier gerade eine halbnackte Frau Klingt komisch Dann mach sie komplett nackt Aber wenn du fertig bist Dann wäscht ihr die Hände Dann ruf sie Wie soll ich mir das denn einbringen? Weißt du was das Problem ist? Die ist nicht nur nackt Die ist auch noch blöd Perfekte Frau eigentlich Ich ruf dich gleich zurück Kerlo Okay Bis später So was ist denn mit dir Kerlo? Oh ist das eklhaft Können sie das nicht machen? Nein ich mach das nicht Kerlo du hast Haare am Arsch Das ist richtig eklig Was hab ich? Okay setz dich mal jetzt hier drauf Kerlo Wo drauf? Hier auf diese Zwinge Siehst du das hier nicht? Lass mal so ein Boot klauen Ich hab doch ein Boot Digga was zu klauen Ja hast du eins? Wo? Gegenüber Nein 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 Bitte Wachy Ich lebe Ich lebe Ich lebe Nein ich lebe nicht mehr Ich lebe nicht mehr Ich lebe nicht mehr Ich hab da keine Bedenken Der verreckt normalerweise nicht Was geht ab? Nö Hinterher hinterher Hier kommt noch einer Na aussteck Irmit drin Weste Ach Digga Sorry Komm steck aus steck aus steck aus Da kann ich nix für Jungs Da kann ich nix für Hilfe, Hilfe, wir brauchen Hilfe, Startfall Äh, Life Invader Bank Noch einer da Einer liegt, hab ein Letzter rennt hinten weg Rechts liegen, rechts liegen Nächster healed, hab ein Rechts liegt Rechts down Junge, ihr kautet den doch Ich fick eure Mütter Ungehalten, nee Ich habe andere Bullen, Cops Fahr, rauf, rauf, rauf Raiden einsteigen Oh mein Gott, illegal ist driften Wow, die driften hier, die driften hier Oh mein Gott, wow Also die Air Force ist informiert Wo ist sie denn? Und die haben die Portugalschutzesweiger gehabt. Was geht denn da ab? Oh mein Gott, was ist er los? Oh mein Gott, nur... Ajo, hörst du mir zu, wenn du da bist, geh da weg. Weil die Ajo kommen, die Anfeiger. Seid bei dem O. Seid bei dem O. Damit ihr versteht, die Leute, die da zugekommen ist, ist es alles, weil er hier 1 of Army tut mit dem Fahrzeug. Das ist keiner von uns. Unfähiges, dreckiges Pack. Hilfe, die drohen mir Lea, die drohen mir! Die sagen, die wollen mich unbedingt im SG. Ja, wenn sie weinen, Herr Brown. Wissen sie was, die sind ein kleiner hässiges Schatz. Alter, Herr Brown. Soll ich mir was sagen? Ehre. Ja genau, der hätte dich doch umgeballert, ne? Schau raus, komm, komm. Ey du, nimm mal deine Hände hoch. Nimm mal deine Hände hoch. Bleib stehen, Hanno. Digga, schieß ihn weg. Digga, das ist ja... Oh mein Gott, Digga. Ey, das ist ja... Ja gut, das ist ja, das ist ja... Äh, ja gut. Ja, kannst du wegfallen. Ich hab dir die Ankündigung gebrochen, damit ich direkt wegfallen. Pass mal auf, ich zeig dir jetzt nicht mein Perso. Wirst du ein Date oder was? Das ist ja... Das ist ja... Ich hab dir das mal gem interessiert. Das ist ja... Was ist ja... Was ist ja... Witzigst du! Ich würde euch echt wachsen machen. So, alle weg, alle weg, die Armee kommt, die Armee kommt, die Armee kommt, alle weg hier, die Armee kommt, die Armee kommt mit Benzern, alle weg hier! Bist du, yeah! Das ist doch völlig scheißegal. Also, ähm, Herr Brown, grundsätzlich liegt, Herr Brown, Sie müssen nicht Ihre Stimme, Sie müssen nicht Ihre Stimme erheben, ich verstehe Sie, ich bin nicht so alt, dass Sie mich anschreien müssen. Ja doch, Sie sind anscheinend ein Kind für das, was Sie hier gerade machen. Jungs, stell doch mal vor, Kevin würde jetzt hier stehen. Sehr wohl. Was würden Sie denn machen? Wie gesagt, ich stehe hier, sind wir 20 Minuten ohne Rechte, die versuchen, mich fortzuführen. Wir wollten sagen, passen Sie auf, Herr Brown, Sie haben jetzt mitbekommen, wenn Sie die Anweisungen nicht beachten, dann könnten Sie dafür Ihren Job verlieren. Ja, aber wie Sie dann argumentiert haben, wie Sie ausfallen, wie Sie darauf ausfallen geworden sind und in welcher Art und Weise Sie hier gerade haben, das rumschreien und dergleichen, das ist einfach nur schade. Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass Sie nicht damit umgehen können, dass Menschen, die ihren Job so machen, wie es das Gesetz sagt, Herr Brown. Redet und redet und redet und redet, Alter. Bin Sie etwa ein bisschen angefressen oder was? Richtig, RP-technisch, natürlich ist alles realistischer auf Dirty. Ich hab... Wo ist das? Oh, das ist der Kacktyp, der da auf dem Scheiß hin. Ist der gerade maskiert gewesen? Nein, 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 Sie dürfen da nicht rein. Ach, ich darf da nicht rein? Nein, das ist doch ein FLB-Typ, oder nicht? Soweit ich weiß. Was, ich darf, ich, 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 ähm, ich hab gerade gehört, ich darf da nicht rein. Wer möchte seine Kündigung? Das bin ich, weil ich nicht... Nenn mir den Namen. Das bin ich, Officer Wiki. Alles klar, Wiki, war schöne Polizeidienst. Ja, danke schön, aber ihr Leben ist mir wichtiger. Ich denke, glaube ich, auch noch, du bist ein Fahrzeug da vorne, Tad. Hm. Hau ab jetzt. Ich versuch hier ernste Gespräche über Familienorganisationen zu tun. Verpiss euch jetzt. Macht fort dir, du ekelhafter. Seid ihr, fürchterlich, äh. Ich lebe dich nicht über den Rasen. Ich bin ausgebrochen, Caitlin. Ich bin schinke, dass ich einen Maschinen küsse. Hey, Suchu? Raus, kommt alle raus! Alle raus! Okay, Raus! Ich hab keinen Bock, dass ich... Alle raus! Nimm die Hände hoch, nicht, dass die Polizisten schießen muss. Nein, 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 die Polizisten schießen nicht auf uns, keine Sorge, das ist meine Untergruppierung, alles gut. Wir finden die aber nicht. Ey, du willst schon, dass das unsere O-G ist? Ja, egal. Wie, egal. Na, ich bin Cript, Digga. Ich weiß. Dann hau ab, Junge, was machst du hier? Digga, die wollten mich als Geister nehmen. Da hast du eine Fabrikkarre, total rausgefahren, ne? Ja, das war ein Cript. Ja, Junge, der fällt einfach durch. Hä, wo sind die? Hinter uns. Pass auf, von Weimwoodshop, oder? Ja, Weimwoodshop. Er fällt jetzt Lala mit seinen Beruhigungen durch die Autos durch, von links nach rechts. Du möchtest du womit acht Leute hier rauskriegen? Typisch Casino, äh, typisch Dinges. Ja, wenn die jetzt hier irgendwie reinhalten... Du weißt, ich tu alles für dich. Ich weiß. Willst du sie auch runter? Ich bring für mich. Bring jetzt Wasser. Gönn dir. Oh, Ui! Oh, Scheiße! Scheiße! Warum machst du so einen Scheiß? Er liegt? Oh mein Gott, sie ist doch hingewiesen. Oh, Alter, ich muss hier runter. Hey, Mann. Oh mein Gott. Warum machst du das? Oh mein Gott, sie ist doch hingewiesen. Da. Oh, Alter, ich muss hier runter. Reingehauen.